du bist ja wieder nicht im bild ja herzlich willkommen zu einer neuen folge und wie ihr im hintergrund sehen könnt alles ist gelb und die katrin ist auch dabei zu der neuen bienenkontrollfahrt die folge 4 in diesem jahr und ja wir sind wieder an gewohnter stelle wieder genau eine woche später und ihr seht im hintergrund der raps der blüht ja sehr schön in voller blüte alles gelb und leider könnt ihr es wahrscheinlich nicht hören es summt und ihr könnt auch nicht riechen es riecht nach raps ja also wir haben es eigentlich fast das perfekte weder für raps ohne wir haben feuchten boden wir hatten immer wieder klar regen könnte mehr sein und sonne und war also zumindest teilweise wir werden später mal noch in dem video eine andere klimazone anschauen also bleibt dran aber bei uns ist wirklich so was haben wir so 17 18 grad tagsüber jetzt im moment ja und die bienenvölker haben auch schon zunahmen auf der waage also aber es tut sich was wobei man sagen muss das ist jetzt ja auch hauptsächlich hier dem raps geschuldet klar hier sind auch die birne blüht noch die kirsche bei uns blüht eigentlich nicht mehr so die ist vorbei gestern hat es aber noch sehr gesund in einem kirschbaum ja wahrscheinlich ein bisschen spät aber so die der großteil der kirsch ist vorbei birnenbäume haben wir zwar schon vereinzelt aber haben wir ja nicht sorg viele aber die blühen noch das sieht man ja hinter uns wahrscheinlich und ansonsten ist für die bienenvölker die die keinen rapsanschluss haben ist es ist gerade so ein bisschen so eine lücke da blüht halt die birne im wesentlichen ab und zu mal aber der apfel der blüht eigentlich noch nicht mehr da haben die frühen sorten haben die haben die ganz frühen sind schon offen aber nicht so dass die bienen satt werden und so viel löwenzahn man sieht es wahrscheinlich nicht wenn man ein bisschen über die wiese schwenkt aber da ist nicht viel geld bei uns löwenzahn ist nicht unsere unsere kultur und wir können jetzt ja mal darüber gehen zu dem apfelbaum den haben wir in den anderen videos ja auch immer angeschaut dann sehen wir mal was dann aber später wieder passiert ist nämlich noch nicht so viel mehr weil die nächte sind halt einfach noch noch kalt also da blüht da blüht im wesentlichen da blüht noch gar nichts ja und wie gesagt der raps blüht und ja den bienenvölkern den geht es eigentlich ganz gut die sind unheimlich stark ich habe jetzt heute morgen mal ein bisschen nachgeschaut da haben wir sechs waben brut drinnen ja futter ist nach wie vor eben nicht nicht üppig aber ja wir sind auf einem ganz guten weg wir haben die bienenvölker dieses jahr wieder ganz ganz passabel hingestellt und wenn jetzt das wetter noch mitspielt dann gibt es eine gute frühen gibt es eine gute gibt es eine gute ernte ja ein bisschen regen noch ja so bleibt ja so sieht es bei uns jetzt aus und jetzt würde ich sagen so jetzt praktisch ein zeitsprung zurück in die vergangenheit also sei es bei uns auch vor zwei drei wochen aus wir sind jetzt auf der schwäbischen alp schauen uns hier ein bisschen um was der raps hier macht die schwäbische alp oder die haustür so ja einfach ein bisschen später dran noch mal eine frühtracht chance wenn es bei uns verregnet ist wenn es bei uns zu kalt ist wenn es bei uns einfach noch zu früh ist dann fahren wir ganz gerne hierher und ja hier blüht eigentlich nichts ihr seht es auch jacke wieder kalter wind das gras auch hat noch nicht die intensivgrüne farbe wie bei uns ob späume habe ich noch gar nicht blühen sehen und genau das gehe ich gerade mal hier vor weil das ist für uns alle glaube ich ein ganz guter vergleich wenn wir schauen was wie der raps aussieht ja weil beim raps da siehst du halt extreme unterschiede in ein paar wochen in ein paar tagen ja genau also vor uns sicher ich zeige es euch mal er sieht schon eine ganz andere hausnummer wie bei uns eine ganz ganz andere hausnummer ihr müsst überlegen im moment haben wir hier 9 grad bei uns daheim haben wir sicherlich irgendwo 15 16 grad bei uns blüht der raps und hier haben wir vielleicht zehn zentimeter also eine ganz ganz andere hausnummer ganz ganz anderes zeitfenster und es macht einfach für uns ist eine dreiviertel stunde oder ja eine dreiviertel stunde fahrzeit hierher es macht es einfach für uns interessant hier dann in ein paar wochen noch mal die bienen her zu bringen zumindest ein teil noch dazu kommt ja hier auf der alp oder hier an diesem standort ist es ja auch ganz interessant oder kann es ganz interessant werden für waldhonig kann man die bienen stehen lassen gibt auch einen schönen sommerhonig ist ja alles ein bisschen später ist ein bisschen weniger besiedelt bei uns hier gibt es auch noch diese hecken diese kleinen waldflächen viel flicht fichte viel tanne alles was es bei uns nicht so gibt löwenzahn blüht ja auch noch große wiesenflächen also ist einfach eine ganz andere kulturlandschaft ein ganz anderes klima ein späteres klima und wie gesagt einfach noch mal für die bienenvölker eine chance honig aus streuobstwiesen zu sammeln honig aus raps zu sammeln und dann später auch linde wald was auch immer schwer zu planen er kommt auch wirklich immer auf das jahr an aber eigentlich eine schöne sache noch mal richtig die sonne raus erinnert uns fast an die warmen temperaturen die wir ein stockwerk tiefer bei uns haben mit 15 grad mit der raps blüte ja was ich euch hier noch zeigen wollte ja auch hier da blüht noch nichts da sind auch die knospen da ja ist ja einfach ein stockwerk höher in der welt und ja im moment später einfach die tracht so jetzt wieder ein paar meter weiter wollen uns ja noch ein paar andere sachen anschauen und zwar sehen wir hier da ist noch nichts am blühen an apfel und auch an birne also da sind ja noch nicht mal mein hier kommen jetzt die ersten blätter raus nicht zum teil sind die knospen noch ganz geschlossen hier zum beispiel bei dem apfelbaum ja komplett geschlossene knospen das ist schon ein bisschen eine andere welt muss man schon sagen ja hier sehen wir mal schon mal was was wieder blüht das sieht mir aus wie so eine so eine zwetschge so eine wilde also die blühen ist übertrieben ja die die am blübeginn einfach ist so das soll es für mich jetzt hier oben auf der schwäbischen alp gewesen sein wir haben gesehen wir sind ja gut und gerne zwischen drei und vier wochen noch zurück ich habe meine standplätze für die bienenvölker besprochen ich habe mir die angeschaut ich habe mir das überlegt zusammen mit den landwirten und jetzt gilt es auch für mich einfach wieder heim zu fahren die jacke auszuziehen und den bienen bei uns in der rapsblüte zuzuschauen ja dann soll es mit dem video auch schon wieder gewesen sein wenn ihr fragen habt schreibt sie gerne in die kommentare lasst dem video daumen nach oben da und abo das freut mich natürlich mitglied könnt ihr auch im kanal werden und schreibt mir auch gerne in die kommentare wie das bei euch so aussieht das ist immer interessant mitzubekommen wie es einfach in anderen landstrichen in anderen gegenden in deutschland mit dem pflanzenwachstum aussieht dann wünsche ich euch noch was und bis dann tschüss bis dann